So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hey zu dem Low und wir nähern uns auf jeden Fall dem großen Finale. Paul ist auch noch dabei, der ist irgendwo da hinten. Und ich habe keinen Bock, diese Wächter zu besiegen, ehrlich, bin ich auch kein Bock... Ich habe Bock, dass der Illuminat stirbt, so ist es nicht. Ich habe aber keinen Bock, den zu bekämpfen. Aber, wir nähern uns dem Ende. Der Schiff wurde beim Absturz schwer beschädigt. Auf zur Kryo-Kammer, von dort aus müssten wir in den Maschinenraum kommen. Ich geh einfach weg von denen, ganz ehrlich. Die können mich. Durch so enge Gänge können die gar nicht fliegen. Wollt ihr mich verarschen? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Erst die Allianz, jetzt kommt der Illuminat und jetzt ihr, ey. Alle wollen meinen Tod. Nur ich nicht. Und ein komisches Computerprogramm. Du meinst mein Windows 98, was ich immer dabei hab? Ja. Mit der Büroklammer. Der erste Grammar-Nazi überhaupt. Alter, ich fühl mich hier gerade... Verarscht. Kann ich verstehen. Unwohl, wollte ich sagen. Wo muss ich denn jetzt hin? Zum Maschinenraum. Wow, hi. Regge dein Schild, regge dein Schild, regge dein Schild. Komm schon. Oh, Rückzug. Fuck it. Zwei. Scheiße. Wo bleibt die Flatt, wenn man sie mal braucht? Haha. Okay, ich renne da durch. Und dann gucke ich, ob es da weiter geht, ja? Okay. Und... Los. Los. Die Lache um. Da geht's nicht weiter. Ich kämpfe mich hier gerade irgendwo hin, ey. Ihr seid mir willkommen. Was wollt ihr denn hier? Geht kaputt. Schruffelt ist so heftig, ey. Oh, hey. Lass mich in Ruhe, ich schmecke nicht. Nicht besonders. Nicht heute. Kannst du durch. Hätte ich jetzt ein Fahrzeug, könnte ich damit nicht durchfahren. Ja. Weiß ja nicht, ob ich mit der Benji hier reingekommen wäre. Bist du abgestürzt. Komm, das war kontrolliert. Sind die irgendwie schwächer geworden? Bist du stärker geworden? Nein. Weil... Überleg mal, wie hart die waren an einer Stelle. Ja. Und hier gar kein Ding. Ich halte ein bisschen drauf mit dem Maschinengewerden. Die sind weg. Äh... Ignoriere ich. Wo musst du da lang? Ich denke mal. Bis zurück. Was, ehrlich? Piss dich. Alter, wollen die mich rollen? Pfff. 60 Schuss für Schrotgewerf gesammelt da. Ihr habt jetzt ein Problem. Ihr habt jetzt ein Problem, Jungs. Aber ein riesiges. 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 Riegegas. Riegegas. Riege2. RegiEyes. Ja. RegiSteel. Na du? Was geht und so. Wo? Der war gut gesetzt. Keine Kunst. Äh. Da war ein Schild ein großes. Hä? Was? Guck doch mal weg. Das ist ein Licht. Und das da? Das ist ein Schild. Ja. Soll ich euch vielleicht weg machen. Dunkelheit. Dunkelheit. Mach was immer die Dunkelheit macht. Kontrollpunkt? Ich seh einen. Wir sind richtig gegangen. Lass mich zurück. Ich will nur zurück. Die haben erstmal. Uhhh. La la la. Ich bin gar nicht da. Ignoriert mich. Guck mal hinter dir. Vielleicht kannst du. Moin. Ich hab gar nicht gesehen, dass da noch ein Gang ist. Ich dachte hier irgendwo wäre mal eine Ecke wo man hin kann. Oh, hier bin ich safe. Das ist eine coole Geschichte oder? Haben die Wächter gewonnen? Gegen diese Dicken? Wollte ich schon sagen. Wir gucken mal nach. Schade. Aber immerhin. Spittergranaten. Pfff. Epischer Kampf. Ich will nicht auf der Seite der Wächter sein. Ich will nicht auf der Seite der Wächter sein. Ich wollte ihn ein bisschen in die Richtung lenken, weißt du. Mhm. Ist dahinter denn noch was? Warum kämpft ihr euch nicht? Ihr wartet alle auf mich. Das ist unfair. Als werdet ihr Freunde oder sowas. Was soll das? Ihr wollt Kampf. Ihr wollt Krieg. Ihr kriegt Krieg. Granate? Wieso? Ich krieg gleich Alienbesuch, ne? Mhm. Die müssen nachgucken, wer ihnen da hilft. Den müssen sie töten dafür. Logik. Wie viele kommen denn da noch? Da sind drei Stück. Waren das von vornherein vier? Ja. Wow. Bitch. Da ist auch noch einer gekommen. Musst dich mal angucken. Tu mir leid. Oh ja, jetzt klärt ihr. Jetzt kommt die Flatt natürlich noch dazu. Während die zwei Parteien sich hier prügeln. Ey, das ist lächerlich. Ich will hier nur noch raus. Gibt's nicht. Ich bleib hier in meiner Stellung. Gucken wir uns das von hier an. Das sieht leider so wen. Lass mich raten. Die Gegner gucken sich wieder alle an. Drei. Na? Alles cool? Ja, schieß deinen Kollegen ab. Das ist ne gute Idee. You shall not pass! Das ist mein kleiner Versteckgeheimraum Dingens. Wie auch immer. Whatever. Die ernähren sich grad wieder. Rückzug! Rückzug! Wo ist der Eingang? Das frag ich Linda auch immer. Hi! Der war aber zuvorkommen. Ich seh grad zuviel. Kann es sein, dass die Flatt im Dunkeln nicht gut sieht? Glaube ich eher weniger. Das kann aber schon sein. Mann, kann ich hier nicht mal irgendwas klären? Warum müssen hier immer so Horden rennen? Stichwort Horden. Alter, wollt ihr mich rollen? Bisschen. Ein Schuss. Ein Schuss hat gefehlt im Magazin, ja. So, was soll jetzt mal reichen? Ich lauf jetzt weiter. Schon mal 8 Minuten. Kann auch gar nicht an... Die Räume werden wieder menschlicher, merkst du was? Ja. Hier ist die Flatt gleich noch nicht sofort vorgekommen. Lichtsicherung. Weglaufen. Einladend! Der Maschinenraum. Wir sind da. Alarm. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Wo muss ich dafür hin? Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktoren und Aktionen. Tante, sag mich halt, wo ich hin muss. Ich vertraue dir, aber... Jetzt müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Interessant. Erzähl mir mehr davon. Wollt ihr mich rollen? Sieht nicht gerade einladend aus. Sieht unglaublich einladend aus. Das sagt richtig. Kommen Sie rein! Kommen Sie näher! Es gibt was umsonst! Nämlich Ihren Tod! Weil ich Hartz IV beziehe! Nein, tu ich nicht. Ich wollte individuell wirken. Ich dachte, das... Okay. Ich werde gerade immer unpolitisch ab. Coole Geschichte. Politisch inkorrekt, meine Damen und Herren. Du siehst aus wie ein Neger. So, das muss jetzt auch noch sein. Wenn wir schon dabei sind. Und du, du Türke, du! Ah, du Franzbrötchen, du! Ah, du scheiß Deutscher! Ah! Ich bin ein Rassist. Ich hasse nämlich alle Rassen. Deutsche eingeschlossen! Nanananananaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaana Ich hab so ein leichtes Zucken an dem Abzug. Ach komm, jetzt hier noch nicht, vielschön. Ach komm, laber nicht. Großer Fehler, mein Freund. Großer Fehler, mein Freund. Ah, neue Munition für die Schrumpflinde? Oder wie ist das? Achso, die Munition ist voll. Hahaha. I don't think so. Bitches. All zu leicht. Als ob ihr Lappen, ihr Lappen. Ihr endet als Tischdekoration. Als Tischlappen. In der Tat? Ja. Da draußen fliegt noch was, hörst du da? Nee. Doch, das hört man. Ist das nicht der PC? Nein. Ist nicht mein PC. Ist er wieder labert. Was schlaberst du?